Stream ist an. Das sollte jetzt hoffentlich funktionieren alles. Twitch, Spree King, Electric, wir machen noch ein bisschen Musik für euch. Moin, hab ich das noch auf? Ein bisschen Anfangsmusik. Ach nee, ich glaube, das ist wieder ein Auge kleben unter Umständen, oder? Weiß ich es nicht. Nee, wir lassen es weg. Da, 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 da. So, das war die Musik zum Anfang. Wir sind auch online ständig fest, also begrüße ich erst mal den Folger, den Thorsten. Folger 2, ich weiß nicht, wer ist Folger 1, wer ist Folger 2? Da müsst ihr euch drauf einigen. Den Ralf, den Beuermann, den Tees, Sonny Bonds, Highlander, Tom, Com83, Tom 2, wir haben Tom Phoebe, Tom A, Tenstruck, oder Ten Strank, tja, weiß nicht, was das wieder heißt. Der Dirk ist da, Becker Mertes, Dirk, auch ein zweiter Dirk, jetzt ist ja alles doppelt. Die Nicht-Thüs, Michael ist da, auch der zweite, Michael Exesquale und Kaiser FCB, ne, Dieter, Äh, Apao, Tobias, ähm, Achim, Licker, äh, Elektronenbändiger, Norki, Anton, Gunnar, Kai, äh, und Bauder, also et cetera, et cetera. First time im Chat. Grüß dich, endlich auch mal ein, deinen YouTube-Kanal abonniert. Wir hatten auch gestern einen kurzen Austausch auf Twitter. Genau. So, der Bauer hat es gewagt, den, ähm, äh, den, äh, wie heißt der aus, Harry Potter, äh, äh, irgendwie, heißt der Lord oder so, den, den man nicht aussprechen darf, den Unaussprechlichen und, äh, der, äh, Bauer hat, äh, den Unaussprechlichen auf Twitter genannt und hat gemeint, ich könnte damit was anfangen. Voldemort. Voldemort heißt der, ne? Und, äh, äh, komm 83, schreibt, der ist ein Unikat, so sieht's aus. Lutz ist da, äh, hallo zurück, der in Google ist da, Christoph ist da, gleich wieder mal Sub springen lassen, vielen herzlichen Dank, Christoph, wir machen wieder zwischendrin heute ein paar Liegestütze. Äh, hello again, schreibt der H-Fuhr, genau, Voldemort, jawohl, da wird's auch geschrieben von Christoph, den hab ich gemeint, Lord Voldemort. Und der Unaussprechliche wurde genannt, wie gesagt, mit dem Namen konnte ich gar nichts anfangen und, äh, das wollte mir der Bauer, ne, so richtig glauben. Okay, Luk ist der Letzte, ich persönlich begrüße, winke, winke in die Runde. Und wir fangen jetzt nochmal an mit Kritik, weil ich will ja auch dazulernen, ne. Ich möchte ja auch besser werden und ich denke, meine Moderatoren-Skills sind verbesserungsfähig, äh, wobei man mich schon auf die Leute loslassen kann, das glaube ich schon, aber natürlich dazulernen und so weiter, äh, also zum Beispiel der Sono-Motor-Stream war ja auch nicht immer ganz so rund, aber ich denke auch, da habe ich auch mehr Druck gemacht auf die Sono-Motors-Leute und wie sich herausstellt, nicht so Unrecht, äh, aber beim Helmut war ich freundlicher und freundschaftlicher, ne. Also, von daher würde mich jetzt mal interessieren, was der Discord sagt. Wir haben gestern schon mal kurz drüber gesprochen, da war nicht viel aus den Jungs rauszuholen, mal sehen, ob sie heute Gespräche hier sind. Lieber Discord, einen wunderschönen guten Abend. Wollt ihr mal Hallo zum Chat sagen? Ah, nein, guten Abend. Hallo, Chat. Hallo, Chat. Guten Abend, Chat. Hallo, Chat. Hallo, Chat. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Da ist der Mann, der noch lange aufs T-Shirt warten muss. Waren es alle, oder? Michi, mir ist kalt. Ja, die ist kalt, dann machst du die Heizung an. Wir haben im Moment keinen Gasnotstand mehr. Können wir gerade mal gucken, wie steht eigentlich der Gasspeicher da? Servus. Servus. Da war noch der Stefan hinterher. So, der fährt einen weißen, Johnny, keinen schwarzen. Gasspeichert Deutschland. So, gucken wir mal, wie der momentan steht. So, Stefan, machst du dein Mikro bitte zu, oder ist es geil, der Stefan nicht durchkommt? Ich bin mir nicht sicher. Einer kommt durch. Mich mal beobachten. Doch, Stefan, ich glaube, das bist du. Einfach das Mikro unten anklicken, dann bist du stumm geschaltet. Und dann kannst du schnaufen und schmatzen, dann kommt das hier nicht im Stream an, weißt du? So, ich habe hier vom NDR den aktuellen Stand. Also, Tobias, du kannst mit gutem Gewissen deine Heizung anmachen. 86,9% ist momentan der Gasspeicherstand. Und wir haben Ende Juli. Und das Ziel ist, bis 1. September, auf 75%. Wir stehen also ganz gut da. Und das, was nicht ganz so toll ist, der Heizwölpreis explodiert. Ich hatte hier schon mal so überlegt und habe gedacht, ach ja, das wird noch billiger. Von wegen. Sind wir wieder bei über einem Euro für einen Liter. Ich bin echt ein Stratege, oder? Also, Gasspeicher sind gut gefüllt. Aber jetzt die Frage an den Discord. Hat jemand von euch noch mal ein paar Kritikpunkte, Lob, Verbesserungsmöglichkeiten, oder ist jemand der Meinung, ich sollte solchen Leuten, in Anführungszeichen, wie es manche in den Kommentaren geschrieben haben, gar keine Plattform geben, wobei meine Plattform eh kleiner ist. Jetzt habt ihr die Gelegenheit, zu sprechen oder schweigt für immer. Also, ich fand eigentlich interessant, dass er doch der Elektromobilität grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber war. Sonst hätte er ja kein Fahrzeug gefahren. Ich glaube eher, Klaus, dass er das Auto gekauft hat, weil das Leasingangebot unschlagbar war. Ich glaube, dass... Ja, das schon, aber ich denke schon, sonst hätte er nur nach einem Verbrenner geschaut. Ja, okay, das stimmt. Und im Nachhinein war er jetzt enttäuscht, aber glaubst du, dass er sich wirklich drauf eingelassen hat oder glaubst du, er ist in seinen Verbrennergewohnheiten hängen geblieben? Er ist eigentlich schon in seinen Verbrennergewohnheiten hängen geblieben, denn vielleicht war er auch nicht gut beraten, denn eigentlich hätte eine Schuko-Steckdose eine verstärkte ausgereicht. Ja, das reicht bei den meisten aus, wenn wir ehrlich sind. Die meisten brauchen keine Wallbox. Die große Mehrheit der Bevölkerung kommt mit einer hochwertigen Steckdose und lade Ziegel problemlos aus. Ich habe ja über drei Jahre lang mittlerweile so geladen. Ja, also beim Klaus geht es auch. Okay, sonst noch Kritikpunkte, Klaus, oder? Ja, du hast an manchen Stellen hast du meines Erachtens etwas früh unterbrochen, aber ich sage mal, er hat das so akzeptiert und insofern ist es auch noch. Ja, er hat halt, ich habe es ihm auch gesagt, er kommt halt auch über die Dörfer. Er redet relativ in einem langsamen Tempo, würde ich sagen, und schweift auch ziemlich aus. Und ich wollte halt den Streamer ein bisschen kompakter halten. Ich hatte ja auch sein Video dann schon auf 1,5-facher Geschwindigkeit, glaube ich, gestellt, weil er für mich halt einen langsameren Sprechstil hat, als jetzt meine Geduld, dass, ich labere auch viel, keine Frage, aber ich rede ein bisschen schneller. Aber okay, das nehme ich an. Gibt es weitere Stimmen? Oder Klaus, wolltest du noch was sagen? Ja, vielleicht noch. Es ist durchaus interessant, jemanden, der mal einen anderen Blick, einen anderen Blickwinkel hat, zu hören, weil wir uns ja doch in der Blase befinden. Sehe ich genauso wie du. Also von daher, du hast begrüßt, dass es stattgefunden hat. Du hättest dir aber gewünscht, dass er noch ein bisschen mehr ausreden kann. Ja, an der einen oder anderen Stelle. Aber ich denke, du hast dadurch auch wieder den Stream flüssig gehalten. Insofern. Ja, ist halt ein schmaler Grad, aber wenn du den Lanz dagegen siehst, ich denke, da habe ich ihn schon ziemlich ausreden lassen. Ja. Okay. Aber nehme ich an als Kritik, muss ich drüber nachdenken. Es ist halt dann auch wieder von Gesprächspartner zu Gesprächspartner unterschiedlich. Weitere Stimmen? Er hat super fair und ehrlich und ruhig diskutiert. Und ich finde, man muss auch mal andere Meinungen zu Wort kommen lassen. und auch solchen Leuten eine Plattform bieten. Und er hat ja nicht gesagt, hier, Elektromobilität ist scheiße oder so, sondern er hat ja dediziert gesagt, warum das für ihn nicht funktioniert hat. Ja, wenn er nach Frankfurt fährt, muss er da irgendwo laden und wieder zurück. Und mit dem Diesel fährt er zu Hause zu seiner Tankstelle, fährt nach Frankfurt und zurück und dann tankt er wieder da und so weiter. Und dass die Kosten anders waren, als er sich das vorgestellt hat. Also insofern war das, ich fand es interessant, so eine Meinung mal zu hören. Ja, also du fandst den Stream dann insgesamt gut oder ist er was, was dir negativ aufgefallen ist? Nein, ich fand es gut. Was der Klaus gesagt hat, lass ihn einfach mal ein bisschen reden. Ja, aber ich darf da nichts sagen. Ich bin auch jemand, der vielleicht dann eher mal jemand ins Wort fällt, wo ich ihn besser ausreden lassen sollte. Okay, aber gleicher Kritikpunkt wie vom Klaus. Dann muss ich sagen, ihr beide habt offensichtlich beide Unrecht. Okay, ähm, willst du noch was hinzufügen, Christoph? Ja, so wird es sein. Der Klaus und ich haben auf jeden Fall Unrecht. Nein, ich habe Spaß gemacht. Jetzt sei nicht eingeschnappt, Klaus, sei keine kleine Mivose. Wolltest du noch was hinzufügen? Jetzt red er nicht mehr. Christoph! Nichts hinzufügen. Noch was, ich noch was hinzufügen. Lass doch mal den Klaus noch was hinzufügen. Achso, ich habe, gut. Klaus, wolltest du noch was sagen? Nein, alles gut. Okay, also die beiden sind ihre brutale, harsche Kritik losgeworden. Ich werde mich heute in den Schlaf weinen. Gibt es weitere Stimmen aus dem Discord, die sich äußern wollen? Also, mir hat es auch gefallen. War interessant. Ich mag so die Streiterei nicht. Wenn welche kommen, hier war es super. Okay, auch Kritik, Jürgen, oder rundherum für dich passend? Nee, mir hat es gut gefallen. Okay, gut. Weitere Meinungen, oder war es das aus dem Discord? Ich sehe jetzt nichts mehr. Nee, es leuchtet. Also, wer elektrisch fährt. Gesundheit, Stefan. Und sich nicht mal ein bisschen vorbereitet, ist schon daneben. Ja, es ist halt so, wie es ist. Ich habe ja auch den Eindruck, dass er sich nicht richtig drauf eingelassen hat, aber kann man so sehen, kann man so sehen. Er hat seine Ansichten äußern können und ich finde, die Chance, auch die zu äußern, muss man dann auch mal geben. Also, einige Kritikpunkte sind ja auch berechtigt. Es läuft halt wieder darauf raus, dass auch die Ladeinfrastruktur für Laternenparker eigentlich bo, 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 zumindest in Teilen noch schwierig ist. Aber wie gesagt, er hat halt auch ein Anwendungsgebiet, was jetzt nicht auf große Teile der Bevölkerung zutrifft, weil viele können das mit dem Wochenende Einkauf vielleicht doch verbinden. Aber willst du noch was dazu sagen, Stefan? Naja, ich habe ja einen Angestellten, der meinen Kona bekommen hat und der auch Laternenparker ist und der wohnt in Bremen und der war total kein Fan von Elektro und mittlerweile fährt er mit seinem Kona und ist total begeistert und ärgert sich halt nur über die 40 Minuten Ladezeit. Aber da ist ja genau das Problem vom Helmut, dadurch, dass wenn er fährt, Und der kriegt es auch hin. Ja, aber der Helmut fährt halt längere Strecken, Stefan. Und das mit viel Equipment zum Filmen und so weiter ist vielleicht eine andere Situation als bei deinem Angestellten. Aber ich sage ja auch, wenn man das will und wenn er sich eine Steckdose schon hätte installieren lassen, da wäre schon die halbe Miete schon durch gewesen. Okay, weitere Ergänzungen? Eine Frage habe ich mal. Er hat da was zu den Atomkraft geäußert, dass er da auf irgendeinen französischen Wissenschaftler, Experten oder sowas verwiesen hat. Hast du das Ganze mal nachgearbeitet? Weil ich habe das Video erst vor einer Stunde gesehen. Ich sage ganz ehrlich, Atomkraft interessiert mich nicht. Es ist auch, ich will auch gar nicht, oder wir werden jetzt eigentlich sagen, du versperrst dich den Realitäten, Michael. Ich will aber ehrlich gesagt über Atomkraft gar nicht mehr groß diskutieren. Ich bin der Meinung, wir haben uns dafür entschieden, dort auszusteigen und jetzt müssen wir es halt verdammt nochmal hinkriegen, dass wir ein stabiles Stromnetz weiterhin haben. Im Moment haben wir das, aber möglichst ohne Braunkohle. Und das muss das Ziel sein. Und dann brauchen wir intelligente Lösungen wie Vehicle-to-Grid, große Speicher. Also wir müssen uns da halt was überlegen. Aber ich hoffe und glaube daran, dass das geht. Und die Energieversorger sagen ja auch, dass es geht. Es ist ja nicht so, dass die Energieversorger sagen, es geht nicht. Wir müssen es halt abwarten. Aber wenn du da nähere Infos willst, Tobias, dann musst du dich selbst mit der Materie beschäftigen. Ja, okay. Ja, 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 klar. Ich werde mich das mal angeheißen, was das für Argumente sind. Aber danke. Ja. Ich will aber auch nochmal betonen, ich bin nicht gegen Atomkraft wegen der Gefahren. Weil ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, wenn man es in einer sicheren Region ausstellt, dass das auch wirklich sicher ist. Und auch wenn ein Elon Musk sagt, er hält viel von Atomkraft und er scheint ja ein Atomkraftbefürworter grundsätzlich zu sein, wenn man ja die Chance hat, das überneuerbarer zu machen, dann glaube ich ihm das. Aber, dann bin ich wieder auf der Seite von, jetzt werden wieder ein paar deabonnieren, ist mir klar, auf der Seite vom Volker, seines Zeichens FDP-Politiker, wenn es so teuer ist, warum sollen wir es dann machen? Wenn es günstigere Alternativen gibt und die technisch umsetzbar sind, dann produziere ich doch den Strom lieber günstiger. Und deshalb, wegen den Kosten, wegen den, wie heißen diese, die Allzeitkosten, da gibt es auch einen speziellen Begriff dafür. also wenn du die gesamte Lebenszeit vom ersten Planung eines Atomkraftwerks bis zum kompletten Rückbau inklusive Endlagerung des Atommülls, wenn du das alles zusammenrechnest, dann ist die Kilowattstunde halt viel teurer, als wenn du Windkraft nimmst, wenn du Gezeitenkraftwerke baust, wenn du Photovoltaik baust, wenn du Wasserkraft baust, etc., etc. Natürlich Wasserkraft ist bei uns ein Problem. Wir haben nicht so viele Schluchten wie die Österreicher, die können mit Wasserkraft viel mehr machen, die kaufen uns den Strom billig ab und verkaufen uns dann wieder teuer und schämen sich nicht mal. Aber so sind sie unsere lieben Nachbarn, ne? Und im Großen und Ganzen funktioniert es ja, ne? Und wenn die Franzosen halt Atomkraft wollen, dann sollen sie es machen, wobei die ja auch die Chance hätten mit Windkraft viel zu machen mit, also ich verstehe es nicht. Aber okay, wird alles seine Gründe haben. Gut, weitere Stimmen noch aus dem Discord, sonst würde ich jetzt mal Chat-Nachrichten lesen. Nee. Ansonsten ist da erstmal Ruhe. Gut, dann gucken wir mal nach dem Chat. Ich scrolle ein bisschen hoch. Ähm. Oh, ich habe viel geschrieben heute. Äh, ich fange mal, ähm, ist Lanz der neue Marschdrab? Fragt der Hafur. Ähm. Buh, 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 buh. Buh, 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 buh. Nein, ist nicht der neue Marschdrab, aber ich versuche halt nicht so schlimm zu sein wie der Marsch. Ah, wie der Lanz, du weißt ja, wie ich es gemeint habe. Zifix gehe ich nicht weiter drauf. Eine Hafur will mich nur ärgern. Der Topia schreibt, die Mehrheit der Bevölkerung würde das Auto niemals an Schokoladen, die Angst mache von wegen, alles brennt sofort ab. Wegen Überhitzung, wenn du das machst, hat da ganze Arbeit geleistet. Ja, weil sie halt die Wallboxen verkaufen wollen. Aber die meisten, ich werde auch meinem Bruder sagen, du brauchst nicht zwingend, also du brauchst schon mal gar keine Wallboxen, es sei denn, du willst eine, weil du Überschussladen machen willst. Also das brauchst du nicht. Du steckst einfach das Auto an, wenn die Sonne scheint. Vollkommen egal. Der fährt zweimal die Woche nach Fulda oder ansonsten fährt er hier rum. Der fährt in der Woche vielleicht, wenn es hochkommt, 150 Kilometer. Da reicht die Steckdose locker. So. Ähm, da Dirk schreibt, er sagte doch, er sei Journalist, aber Kurzphasen ist wohl nicht seine Stärke. Viel geredet, aber nichts gesagt, macht aber den gleichen Fehler wie viele andere Erstbenutzer, sonst fand ich den Stream okay. Aber der Dirk ist dann wieder der Meinung, dass ich wahrscheinlich mehr hätte unterbrechen müssen. Vermutlich immer. Ich lese zwischen Zahlen raus. Äh, Mai Tessa stunden mit dem Tobias zu. Ich finde es auch richtig, solche Leute hier zu hören, denn diese Meinungen sind ja sehr verbreitet. Nur mit Diskussionen kann man was ändern. Also, Carsten ist dafür, dass man das weitermacht. Der Bauder, nicht Bauer. Der Bauder schreibt, ich finde auch, dass die Medienlandschaft immensen Schaden in Bezug auf Elektromobilität angerichtet hat und nie wieder zurückgerudert, korrigiert. Das brennt sich leider dann teils in manche Köpfe ein. Nicht in manche Köpfe. In die Mehrheit der Köpfe. Du hast ja dann auch wieder gesehen, auf Twitter, wo war denn diese, diese Tagesschau-Aussage? Twitter? Mal sehen, ob wir das auf die Schnelle finden. Da gab es nämlich, ähm, das hatte ich ja, wo hatte ich das? Im Livestream habe ich es sogar gezeigt. Mal sehen, ob ich es jetzt auf die Schnelle finde. Moment, das müsste irgendwo nur Notizen eigentlich sein. So, da ist der Bauder, ne, das ist ein junger Mann offensichtlich. Ich hoffe, das darf ich so sagen. Oder je nachdem, wie du dich identifizierst, ne. Eieieie, jetzt habe ich wieder, ich habe ihn vielleicht misgendert, aber ich gehe davon aus, das ist ein junger Mann. So, ähm, das sind alles noch Nachrichten zu der Fähre. Ähm, ne, ich finde es jetzt wohl nicht. Aber da war eine junge Dame, die gesagt hat, sie hat Angst, dass dann aus den Akkus und Elektroautos so viel ausläuft ins Meer und dass das Wasser verschmutzt und so weiter, ne. Aber in Wirklichkeit ist es ja genau, ich meine, wenn ein Elektroauto den Brand ausgelöst hat, wenn sich das rausstellt, ist es natürlich doof. Aber das kann halt mit jeder Technologie irgendwo mal passieren. Insgesamt brennen Elektroautos viel, viel weniger als der Brenner und in dem Fall wäre es dann halt mal tragisch. Aber wenn das Schiff untergeht, sind die Elektroautos nicht das große Problem, sondern das Schweröl. Und Elektroautos fahren halt nun mal nicht mit Diesel, Benzin oder mit Schweröl. Ne, ich finde es nicht. Ich finde es jetzt nicht. Ist egal. So, wir lesen weiter. So, der Hexter schreibt, naja, aber der hat sich ja mit Absicht dumm gestellt, wenn man ein eigenes Haus hat und sich einer Wallbox verweigert und sich dann übers Laden beschwert, ist doch, ja, ich fand halt auch, drei Partien sind, glaube ich, vermietet und in einer wohnt der Helmut mit seiner eigenen Familie. Also ich gehe davon aus, ist jetzt nur eine Unterstellung, aber dass er finanziell nicht total schlecht gestellt ist. Und ich gehe davon aus, dass es Mittel und Wege gegeben hätte, das komfortabler zu gestalten. Also ich, habe ich auch zum Helmut gesagt, ich habe den Eindruck oder den Verdacht, dass er der Technologie nicht offen war. Und sein Video, habe ich mehrfach kritisiert, ist vom Titel her misleading. Also kann einen, muss einen Fehl leiden. Und dass er dann die Reaktion kriegt, dass er da wirklich überrascht ist, hat mich jetzt wieder überrascht. So, wir gehen weiter. Dieter verabschiedet sich, kurz nechle Dieter. Tobias sagt, bravo, das war der Satz der Sätze, alle schreit nach Eigenverantwortung, aber keiner will sich informieren, wenn es mal um was Neues geht, immer gepampert werden, sagt der Tobias. Okay, ich weiß nicht, welchen Satz du da meinst, aber das ist ein Problem, glaube ich auch. Allerdings, es ist auch Verantwortung und Aufgabe der Verkäufer, die Käufer über das Produkt aufzuklären. Und wenn die keine Lust sind, keine Ahnung haben, ist es schon ein Problem. So, wäre ich in Helmuths Situation, hätte ich auf jeden Fall eine Wallbox bei mir zu Hause. Die hält ja auch länger als zwei Jahre installiert, den Rest kann ich nachvollziehen. Ja, also das mit der Wallbox, da gebe ich dir recht, das hätte ich auch auf jeden Fall gemacht. Wenn ein einbeiniger Rollschuh Kacke, wenn ein einbeiniger Rollschuh Kacke findet, ist das aber nicht zu verallgemein. Okay, du meinst, weil es für den Helmut nicht passt, darf man es nicht allgemein sagen, das ist insgesamt Kacke. Habe ich verstanden, Han Kamm? Mein Tesla, ja, wenn ich einen Bruder habe, der Tesla fährt, hat er sich mit ihm bestimmt schon unterhalten, wie das so geht, oder? Ja, es gibt schon so ein paar Sachen, wo man, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da gibt es so ein Meme, wo dann so irgendjemand, das ist der Ton. Habe ich auch manchmal im Kopf gedacht. Jetzt haben wir den Max, aber wenn alle das über den Wochenende Einkauf regeln sollen, später, dann muss wirklich alles mit Ladesäulen zugeflastert werden, ist das wirklich realistisch. Das müssen ja halt alle am Wochenende einkaufen, Max. Das muss man, das verteilt sich ja auch mal ein bisschen. Aber für alle geht es auch wieder nicht. Es muss natürlich auch an Tankstellen Ladesäulen geben. Und deshalb bauen ja die Tankstellen auch. Und da muss man halt mal eine halbe Stunde stehen und laden oder in Zukunft vielleicht 20 Minuten. Aber die hat man doch, oder? Und trinkt man halt mal ein Käffchen oder guckt im Auto schnell ein YouTube-Video von mir. Ich finde, das ist schon auch zumutbar, wenn man das einmal die Woche macht und dafür die Stadt abgasfrei kriegt. Das ist ja nur auch was Positives. Er hat, jetzt sind wir ein bisschen damit beschäftigt, finde ich, sein Video daneben. Ja, das Video fand ich auch daneben, Tim. Das stimmt. Helmut kann das schaffen, wenn er will. Aber will er das wirklich? Fragt er H vor. Die Frage kann natürlich nur der Helmut beantworten. Also viele Abos. Wir können gerne reingucken. Aber ich glaube nicht, dass der Livestream viele Abos gebracht hat. Ich glaube aber, er hat keine gekostet. Und das ist ja schon mal gut. Ich hatte ja befürchtet, er kostet mich Abos. Weil es ist halt kein Livestream, wo jeder zufrieden ist. Ist halt. Bei den Spätschoppen sind ja immer alle total begeistert. So, ich kann es euch ja mal zeigen. Analytics. So. Also, zwei Abos dazu gewonnen. Ist jetzt nicht die Welt. Aber es ist in Ordnung. Es hat mich kein Abo gekostet. Und das ist die Hauptsache. Davor hatte ich Angst, dass dann reinweise, obwohl es dann um den Klimawandel ging, da habe ich schon echt gedacht, bezögert, das überhaupt aufzubringen, weil ich wusste, wie seine Antwort ausfällt. Und ich bin ja auch, weil ich ein bisschen, also ich bin nicht zu 100% auf der Linie, es steht absolut fest, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Ich glaube, das, was die Wissenschaft sagt, möchte aber auch Raum für Diskussion und auch für abweichende Meinungen lassen. Und ich sage halt auch, das sage ich ja immer wieder, es ist vollkommen egal, ob das jetzt stimmt oder nicht. die Maßnahmen, die wir in diesem Zusammenhang treffen, sind richtig und wichtig. Und deshalb bin ich dafür, dass wir da vorangehen. Aber halt auch die Leute mitnehmen und nicht mit der Brechstange das Ganze. Ich bin auch gegen diese Panikmache, weil ich glaube nicht, dass der Weltuntergang direkt vor der Tür steht. Das glaube ich einfach nicht. Und das glauben auch seriöse Wissenschaftler nicht. Da wird im Moment auch viel Angst geschürt. Und da bin ich kein Fan von. Und ich würde gern die ganze Diskussion zu diesem Thema einfach ein bisschen runterfahren und dass alle wieder ein bisschen zur Vernunft und zur Ruhe kommen. Das wäre mir wichtig. Aber da weiß ich auch, mit den Aussagen rege ich jetzt auch schon wieder den einen oder anderen auf, weil der sagt, es ist alles schon zu spät. Dieses Verharmlosen geht gar nicht. Michi, du musst da ganz anders denken, etc., etc. Aber es ist halt meine Meinung. Es tut mir leid. Ich weiß. Und deshalb habe ich lange gezögert, ob ich das Thema aufbringe, weil mir klar war, dass das einige von euch nicht gut finden. So. Wie viele... Ah ja, genau. Das war die vom Sierra Tango. Atomkraft und Klimawandel wäre mit ihm sinnlos zu diskutieren, sagt der Hanenkamp. Naja. Man muss ja eine Diskussion anfangen. Bei Atomkraft bin ich halt auch nicht informiert genug, um da auf Augenhöhe mit ihm zu diskutieren. So, der Olajilolatunji, ich sage mal der Chumanji, darf ich dich Chumanji nennen, schreibt, ich fand das Interview gut, ich habe teilweise seine Erfahrung teilen können, wenn ich Laternen parke, irgendwo an einer Lade, sondern mit 54% ankomme und ich habe nur die 20 Minuten, dann muss ich da laden und leider muss ich da immer DC, HPC anfahren. Nicht gut für den Akku. Ja. Wie gesagt, Ladeinfrastruktur ist ein Problem und es muss halt Möglichkeiten geben, für die, die dann das mit dem Wochenende einkaufen nicht darüber lösen können, dass die das Auto einfach stehen lassen können und 10 Stunden da schnarchmäßig laden. Ich weiß, höherer Ladeverlust, keine Frage, aber wir werden irgendwann an dem Punkt sein, wo wir nicht zu wenig Energie haben, oder zu wenig Energie ist auch wieder falsch, aber wo wir so viel Überschuss an Energie haben, dass es uns zu den Ohren rauskommt, wenn ich die Kopfhörer abnehme. Und deshalb ist das dann in meinen Augen egal. Das werden wir vielleicht, obwohl wir könnten schon darüber leben, äh, noch erleben. In 10, 20 Jahren könnte es sowas sein. In Frankreich mussten sie den Energieversorger, der da die KKWs baut und betreibt, vom Konkurs retten und haben den verstaatlicht. Du meinst die AKWs wahrscheinlich. Oder Kernkraftwerke, ist ja auch richtig, ja. Das spricht nicht gerade für billigen Atomstrom. So sieht es aus, Volker. Hat auch Unsinn über Reinhardswald erzählt, nur eine Zufahrt wurde gebaut. Das können wir gerade mal gucken, ne. Ich wollte halt auch jetzt nicht alles fact checken. Reinhardswald. Jetzt habe ich Wald mit, ähm, äh, mit, äh, T geschrieben. So. Jetzt gucken wir uns das mal an. Die haben ja da hier Fotos. Akzeptieren. Also, natürlich sind da Flächen gerodet worden, ne. Hier siehst du das hier unten, ne. Da ist ja eine Fläche. Ähm, da ist eine Fläche. Und es sind schon viele Windräder, ne. Also, dass das nicht jeder cool findet, kann ich irgendwo auch nachvollziehen. Ne. überhaupt kein Problem, weil ich damit halt was Positives verbinde und dass wir auch unseren Industriestandort mit sauberem Strom versorgen können. Aber ich kann auch verstehen, dass da Leute nicht immer hundertprozentig begeistert sind. Und deshalb sollten auch möglichst viele Windkrafträder in der Nordsee oder Ostsee platziert werden, ne. Offshore. und der Strom über entsprechende Stromtrassen ins ganze Land verteilt werden. Aber wir kriegen es ja nicht mal in eine Stromtrasse zu bauen, ne. Prozess ging nur um eine Zufahrt, sagt der Nick Nordic. Okay. Dann sehen wir, was die hier schreiben. Mitten im uralten Reinhardswald soll Hessens größter Windpark entstehen. Ist das hier überhaupt bei 18... Bleibt es nicht? Äh... Ah ja, das sind die 18 Windräder wohl. Jetzt sind wir hoch, so groß wie Frankfurts Messeturm. Seit Jahren gibt es Streit um den Märchenwahl der Brüder Grimm. Eine Genehmigung für die Rodung gab es im Januar, die im Februar wieder gestoppt wurde, aber nur vorübergehend. Wir sehen, ist hier Zufahrt. Gucken. Entschuldigung. Zufahrt. Hier. Machen wir mal größer. Damit kann Hessens größter Windpark... Der hessische Verwaltungsgerichtshof tat er entschieden, dass für den Bau einer Zufahrt keine Bäume gefällt werden dürfen. Solange dafür keine gesonderte Baugenehmigung vorliegt. Das Gericht in Kassel gab dem Eilantrag eines Umweltverbandes statt. Gut, dann wird das baurechtlich richtig sein. Um eine solche Baugenehmigung hatte sich die Windpark-Reinheitswald GmbH schon seit Juni bemüht, sie jedoch nicht erhalten. Der Verwaltungsgerichtshof hatte in seiner Entscheidung jedoch argumentiert, ein Schwerlastverkehrsfähiger Forstweg sei nicht mit üblichen forstbetrieblich genutzten Waldwegen vergleichbar. Okay. Wird das um Stunde vor ihm dadurch nicht, also gestoppt wird es nicht. Letzten Endes steht der Genehmigung nichts im Wege, sagte der Landkreis. Wir haben Genehmigung Erschließungswege ohne Zögern erteilen, da wir den Ausbau von Erneuerbaren unterstützen. Also es geht um eine Zufahrtsstraße, um die Windräder offensichtlich dorthin zu bekommen und dann die auch später warten zu können. Das war also das Problem. Aber es wird natürlich auch um ein Windrad drumherum, wird natürlich auch gerodet. Da muss man schon ehrlich sein. Aber wir sind ein waldreiches Land. Wie viel Wald, wie viel Waldfläche hat Deutschland? Können wir mal gucken. Auf nationaler Ebene variiert die Waldabdeckung, während Finnland, Schweden und Slowenien zu fast 60% von Wald bedeckt sind. Beläuft sich Anteil in den Niederlanden nur auf 8,9%. Gut, die sind auch stark vermittelt. Wie viele Waldfläche gibt es? Wälder bedecken große Teile der Erde. Das meine ich aber nicht. Was ist das waldreichste Land? Russland ist das waldreichste. Wer hat mehr Wald in Deutschland? Wo ist der größte Wald in Deutschland? Bayern hat 2492, 436, wahrscheinlich Quadratkirchen. Aber ich sehe jetzt hier nirgends, wo wo für Deutschland ist. Ich sehe jetzt nicht den Waldanteil Deutschlands. Deutschland besteht zu 33% aus Wald. Das sind 11,4 Millionen Hektar mit über 90 Milliarden Bäumen. Ich will das nicht kleinreden, aber ich denke, dass man für einige Windräder, wir reden ja von wie viele Tausend müssen noch gebaut werden, aber es sind ja jetzt nicht deutschlandweit, es sind ja nicht Millionen Windräder, die gebaut werden. Und deshalb denke ich, dass das ein Opfer ist, das man bringen kann und bringen sollte. So, wir gucken mal weiter. Servus, sagt der Ritinho. Servus, Ritinho. Der Helmut lebt doch genau davon, gegen den ganzen Zeugs zu sein. Das ist doch ein Business à la Tichy. Und dann anderen, die den Leuten misst... Ja, in der Tendenz mag das durchaus einen gewissen Wahrheitsgehalt haben. In Schweden ist der Strom deutlich billiger als in Frankreich, sagt der Folger. Ist auch nicht so dicht... Obwohl, Frankreich ist auch nicht dicht besiedelt. Frankreich hat ja auch Fläche ohne Ende und auch von den Autobahnen sind die nicht vergleichbar mit Deutschland. Also, bevölkerungsdichte Dichte Deutschland versus Frankreich. So, Lebenserwartung. Frankreich, Deutschland gleich. Frauen werden... Ah! Männer werden in Frankreich 79, Frauen 86, in Deutschland 79 und 83, weil wir deutschen Männer, nämlich die deutschen Frauen, mehr nerven. Wobei ich mir auch hier die Frage stelle, wie haben die hier überhaupt das ermitteln können? Ist doch ganz klar, das Geschlecht, wie man das definiert, Geburtenrate, politische Stabilität. Da sehen wir Bevölkerungsdichte. Haben sie das hier irgendwo? Bevölkerung. Einwohner je Quadratmeter. Ratet mal, wie viele Einwohner je Quadratkilometer hat Frankreich und wie viele Einwohner hat Deutschland? Ohne zu schummeln. Ich muss jetzt mal runterscrollen. Ich bin nicht weit zurück. Das ist ja Wahnsinn. Muss auch wieder neu aufgeforstet werden. Ja, an Bäume. sind halt auch, wenn du einen Förster fragst, sind auch wirtschaftsgut. Natürlich, wenn es wieder ein Urwald ist, ist es wieder eine andere Sache. So, Deutschland 225, Frankreich 3, das ist ein bisschen wenig. 300, 120, das ist gar nicht schlecht. Moment, wer hat es geschrieben? Der Eddix hat es geschrieben. 0,8 Hektar für eine Windmühle und da wächst ja auch wieder was. Eine kleine Lichtung im Wald ist sogar gut für... Ja, man kann es auch wieder sich schön... Ja, man kann auch wieder ein paar positive Seiten sehen. Das ist vollkommen recht, Volker. Und die Natur holt sich alles zurück. Wir haben hier eine ehemalige Kneipe. Der Parkplatz mitten im Ort, der wird langsam zurückerobert von der Natur. Und auch rund um Tschernobyl. Die Natur holt sich alles wieder. Ihr müsst euch mal das Riesenrad da angucken. Also, die Natur ist deutlich fähiger, sich zu erholen, als man das manchmal glaubt. Deutschland hat 1.000, Frankreich 800, schreibt der Harry, Olla, die Waldfee. In Paris eine Menge, sonst wenig, sehr detaillierter Aussage. Also, ich sage es euch, Einwohner in Frankreich je Quadratkilometer 123,7, ja. Und in Deutschland 235,1. Also, wir haben fast eine doppelt so hohe Bevölkerungsdichte in Deutschland im Vergleich zu Frankreich. Und ihr müsst ja auch bedenken, das ballt sich ja dann auch auf den Großraum Frankreich zum Beispiel im großen Maße. Und deshalb hat Frankreich viele Bereiche, wo ganz wenige Leute leben. Kanada ist ja, nee, Kanada nicht. Alaska ist ja, Alaska ist ja der Wahnsinn. Die haben 700.000 Einwohner ungefähr und sind viel größer als Deutschland. Die sind so groß wie Europa, glaube ich, Alaska von der Fläche und haben 700.000 Einwohner. Also, wenn ihr eure Ruhe haben wollt, dann zieht nach Alaska. So, zum Thema Windkraft im Wald gebracht. Das war aber ziemlich einsäglich, dass es schlecht ist. Okay, also da war wieder, auch wieder, es ist immer tendenziell, die Wirklichterstattung. Also, Link, kannst du nicht reinstellen, Bauder, es tut mir leid. Wenn ein Auto gekauft wird, dann sollten die Verkäufer, Autohäuser, Händler da schon informieren. Das sollte verpflichtend sein. Schreibt jetzt wieder Tobias. Der Reinhardt ist Populist, nicht Journalist. Also, der Helmut, meinst du? Meint der Nick. Also, der war da nicht begeistert. Hätte er wieder ein Auto gekauft. Meine Überzeugung. Also, eine Wallbox gab, meint der Jordans. Da hätte er sich wieder ein Elektroauto gekauft. So, wir gehen mal weiter. Irgendwann wird die Natur die Brechstrange rausholen, meint der Harry. Okay. Angst ist ein guter Geldlockermacher. Das stimmt. Weil, man muss ja ehrlich sein, so ein Olli, Olli redet, der macht ja mit, eigentlich aus nichts macht der Klicks. Aus, eigentlich schafft er es, aus Dummheit Kohle zu machen. Also, aus Scheiße macht der Gold. Das ist meine Überzeugung. Tut mir leid. Anders kann ich es nicht sagen. Das, was der an Inhalten teilweise bringt, das ist der Wahnsinn, dass sich das Leute angucken und auch sagen, Olli, da hast du recht. Das ist so unterste Schublade, da fehlen einem die Worte. Also, Volker meint auch, wenn die Menschen erstmal weg sind, wird sich die Erde schnell erholen. Also, ich glaube auch nicht, dass es darum geht, den Planeten zu retten, sondern da geht es darum, Lebensbereiche für den Menschen zu retten. Also, gerade in Armländern, Inselstaaten, die haben halt ein Problem. Ob wir in Deutschland ein Problem kriegen, werden klar, unter Umständen, an den Nordsee, Ostsee, Hamburg, wo dann die Elbe reingeht, Hamburg-Elbe? Ja, muss richtig sein. Ich hoffe, ich habe ihn ja wieder blamiert. Am Ende ist es dann doch die Fulda oder die Weser. Nee, es müsste die Elbe sein, hoffe ich mindestens. Da könnte es natürlich Probleme geben, aber die Industrienationen können das alles lösen. Die können halt auch mit Dämmen und so weiter, mit Milliardenprojekten das Ganze retten. Aber soweit ich weiß, die Niederlande zu einem nicht unerheblichen Teil befinden die sich ja unterhalb des Meeresspiegels. Und natürlich ist das ein Problem, wenn der Meeresspiegel ansteigt. Aber betroffen sind halt in der Regel die ärmeren Länder. Und das ist halt so ein bisschen das Problem dabei. Ich glaube schon, dass wir in Deutschland das alles irgendwo gewuppt kriegen, auch wenn es 1,5 Grad wärmer wird. Das ist halt immer die Frage. Aber vielleicht habe ich auch in 20 Jahren ein Meergrundstück, mit Meerblick. Wollen wir nicht hoffen. Wäre natürlich dann mehr wert. Aber da will ich natürlich nicht draufsetzen. War ein bisschen Spaß dabei, macabre Spaß. Ja, ich nehme es zurück. Rekt euch denn auf. Ihr habt es zurückgenommen. Boah. Ähm. Du kannst, äh, die Adresse ist reporter at breaking minus elektro minus news d. Dass du es überhaupt fragen musst, Bauder. Dass du so eine Frage überhaupt stellen musst. Das zeigt, dass du neu hier bist und bisher noch nicht den wichtigsten Elektro-Youtuber auf der ganzen Welt zur Kenntnis genommen hast. Es ist eine Katastrophe. So. Ähm. Oder ein Discord. Komm mit dem Discord, da kannst du es auch reinstellen. Äh. Ein Discord hat der, halt kann ich haben. Ich stelle dir mal den Link vom Discord mit rein. Ich sehe gerade auch da Albert und der Max haben was geschickt im Discord. Aber ich schicke dir jetzt erstmal den Link. Ähm. Bin mir nicht sicher, ob der hier funktioniert. So. Jemanden einladen. Leute einladen. Kopieren. Oder klopfen wir hier direkt rein. Kannst du also hier in den Discord das dann auch reinpacken. Äh. Da du schon ein bisschen was älter bist, Discord ist eine App, wo man als Gruppe, also man kann einen Kanal öffnen, einen, 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 einen Gruppenchat praktisch und man kann dort sicher unterhalten. Also Sprachchats sind möglich. So. Ähm. Eines würde ich vor gestern noch loswerden. Okay, Tim, äh. Das höre ich mir an, weil der Tim ist Mach-E-Fahrer und als solcher hat er einen guten Autogeschmack und dann nehme ich die Kritik an. Im Gegensatz zum, äh, Christoph, ne, weil der will sich ja einen, einen Woja, 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 Wea, der redet bestimmt wieder mit der Bettina. Ähm. Woja Fri. Woja Fri, danke. Warum muss ich denn immer erst die Bettina ins Spiel bringen, damit du dich meldest? So. Du kannst ja auch mal den Chat lesen, ich hab schriftlich geantwortet. Ah, da ist so weit bin ich aber nicht, ich bin so weit zurück, Christoph, kannst du dir gar nicht vorstellen. Ähm, Ähm, also der Tim schreibt und zwar, der hatte doch von VW eine Ladekarte bekommen und behauptet dann, er hat keine und konnte auf dem Messegelände nicht laden. What? Okay. Vielleicht war ihm der Tarif nicht gut genug, ne? So, wir gehen mal weiter runter jetzt. Die Fläche beim Braunkohleabbau ist viel größer als die Fläche, die für den Windrad, Ja, das ist natürlich auch ein, ein, ein K.O.-Kriterium, Harry, dass der Schaden, der durch so ein Windrad entsteht und wieder renaturiert, muss ja nicht mal renaturiert werden, die Natur holt sich das von alleine wieder, aber den Braunkohletagebau, das renaturiert sich nicht einfach so von selbst. Da werden ja Löcher in den Boden gebuddelt, dass es nur so kracht. Und deshalb müssen wir auch sehen, dass wir möglichst schnell den Braunkohleanteil runterkriegen. Ähm, jeder kann mal von Aurich Richtung Nordsee fahren, schreibt da Michael, äh, schön sieht anders aus. Wir gucken mal, ob wir auf Google Maps mal so ein Braunkohle, Braunkohleabbau, Braunkohleabbau, Aurich, machen wir mal. So, dann gucken wir mal, ob wir das auf Maps vielleicht angezeigt bekommen. Garzweiler bekommen wir angezeigt. So, gucken wir uns mal an, wie das aussieht. So, wir sind jetzt hier auf Google Maps. Ich zoome mal raus. Das hier ist einer, das ist einer von diesen riesigen Backern, ne? Da reden wir nicht von einem kleinen, deswegen kann ich hier, aber bestimmt war Google Maps hier noch nicht, oder? Ne. Das wäre jetzt auch verwunderlich gewesen. So, ich zoome weiter raus. Da steht der nächste große Backer. Nehmen wir mal rein. Guckt euch das mal an. Das hier sind ganze Ortschaften, ne? Da ist die Bäckerei Laumanns, die nicht so gutes Brot, nicht so gut Kuchen backt, wie der Dirk Mertes von der Bäckerei Mertes. Da, das ist so ein Loch. Wir messen es gerade mal. Das Loch hat eine Länge von 6 Kilometern. Geh weg. Und eine durchschnittliche Breite von knapp 3 Kilometer. Das sind rund 18 Quadratkilometer, die hier für den Braunkohle abbauen. Hier, was ist denn hier nebenan? Da müssen wir auch noch mal reingucken. Was ist da? Ah! Zumachen. So. Das gehört ja auch noch dazu, ne? Ja. Hier ist ja auch noch mal, das sieht auch noch mal, hä, warum sind da Straßen? Hier werden sie, renaturieren die hier schon wieder. Ehemalige Ortschaft Priestrad. Also hier war auch mal eine Ortschaft. Aber das sieht aus wie ein Förderband für Braunkohle hier, das Schwarze. Wird kein Radweg sein. Da wird also auch noch Braunkohle abgebaut. Ich meine, wir brauchen das, ne? Ich will das gar nicht, es ist aktuell, es ist einfach nur notwendig. Und das, was notwendig ist, um die Energieversorgung in unserem Land sicherzustellen, das muss gemacht werden. Und es ist auch die Aufgabe unserer Bundesregierung, dafür haben wir sie gewählt, uns mit ausreichender Energie zu versorgen. Es ist nicht die Aufgabe der Bundesregierung, dem Michi zu sagen, du Michi, dusch dich doch nur alle zwei Tage und dann auch so, dass du kurz das Wasser anstellst, dann wieder abdrehst, dich einsalbst und dann wieder kurz das Wasser anstellst, am besten noch mit kaltem Wasser. Das ist nicht die Aufgabe der Bundesregierung. Die sind gewählt worden, um für die Bevölkerung das Bestmögliche zu erreichen und dazu gehört auch die Grundversorgung mit Lebensmitteln, mit Dienstleistungen, Gütern des täglichen Alltags und mit bezahlbarer Energie. Auch für Leute, die zur Miete wohnen, für Familien vor allen Dingen, das muss bezahlbar sein. Vorhin hat jemand geschrieben, er hat für 1,85 oder so einen Liter Heizheel bestellt. Ich habe letztes Jahr für 1,75 oder so habe ich bestellt und ich habe jetzt auch, ich habe diesen, wie nennt sich das? Also ich habe 800 Liter Heizheel nur bestellt, weil es so teuer war und ich habe jetzt einen Ausgleich bekommen, wegen dem hohen Preis, kann man hier beantragen. Da gab es ja so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, habe ich mir geholt, habe ich jetzt nicht ausgelassen, sondern ich sage mir, das muss man sich holen und es waren Soll ich das jetzt hier finde? Butschrift. Freie Hansestadt Hamburg. Hier ist es. Ich habe, ratet mal, wie viel, also ich habe, wie gesagt, ich kann genau nachgucken. Eon, das muss ich dann auch kündigen, da gehe ich weg, die Nerven, wo habe ich denn jetzt den Eon? Hofbiber, toll, Grönenergie, wo ist denn jetzt die Ölrechnung? Ist die so weit hinten schon wieder? Juli 21 Nebo, habe ich die denn hingepackt? Oder habe ich die geile ausgedruckt? Vielleicht habe ich die geile ausgedruckt, dann muss ich kurz mal, die hier ist sie. Ich habe also bezahlt, für 800 Liter, 1358 Euro. Für 800 Liter, 1358 Euro. Und da muss auch ein reicher, ein super reicher Influencer, der bald nach Dubai aussiedelt, oh, habe ich das jetzt laut gesagt, der bald nach Dubai auswandert, da muss ich auch erst mal schlucken. Und jetzt schreibt mal, was ihr glaubt, wie viel habe ich bekommen, als Ausgleich. 1385 Euro für 800 Liter. So, ich scroll jetzt mal ganz runter, ich bin nicht weit zurück. Michi, wieso baust du nicht eine Elektroheizung ein? Kein Scherz, von Weiland, Elo-Block bis 28 kW Leistung, dann ist Schluss mit Öl. Ja, aber Wärmepumpe ist ja höhere Arbeitszahlen. Das ist ja wichtig. 520 Euro, sagt der Abraxas, der hat einen Clown gefrühstückt. Volker ist unverbesserlicher Optimist. Thomas ist Pessimist, Philipp ist Pessimist, Harry ist Pessimist. Also es sind 177,62 Euro, die ich bekommen habe. Dann hat mich also, 800 Liter Heizöl, habe ich dann 1200 Euro gekostet. Nix Wärmepumpe, sagt der Stefan. Wieso nix Wärmepumpe? Gucken wir uns das gerade mal an. Wenn es jetzt hier schon, mal sehen, was das ist. Weil es ein Elo-Block ist. Das ist eine richtige Heizung. Ja, aber das ist ja dann wahrscheinlich vom Wirkungsgrad her beschissen. So Weiland, Elo-Block. Mal gucken. Ich werde jetzt sowieso noch mal Heizung kaufen. Ich muss halt, ich muss, ich kann nicht anders. So. Weil es ist ja super billig. Weiland, Elo-Block. 9,9 kW. Sorry. Weiland, Elektroheizung. Aber das ist doch ein Stromfresser, oder nicht? Das kann doch nicht gut sein. Otto, bist du da? Ja, ich habe es gesehen, aber ich gehe keinen Kommentar dazu ab. Denk immer dran, 1 kW, elektrisch ist 1 kW, Heizleistung. Ja, und da kannst du machen, was du willst. Das Ding kannst du nicht effizient betreiben. Das Einzige, was du machen kannst, wenn die Wärmepumpe nicht leistungsfähig genutzt wird. Ja und, aber ich kriege ja einen Haufen Geld fürs Einspeisen, Stefan. Und dann, wenn ich die Heizleistung brauche, scheint in der Regel nicht ganz so viel Sonne. Also, deshalb, ich halte von der Lösung, als, wenn du feststellst, dass deine Wärmepumpe bei ganz tiefen Temperaturen nicht mehr funktioniert und du hast deine Heizung nicht mehr, dann ist das sicherlich etwas, um zuzuheizen. Aber als alleinige Heizung, die frisst dir doch die Haare vom Kopf. 28 kW, wahnsinnig, brauche ich ja gar nicht. Ich brauche ja sogar nur 18 kW. Ich habe ja, ich brauche ja im Jahr mittlerweile unter 1000 Liter Heizöl. Ich habe ja meinen, meinen Heizölverbrauch runtergebracht und ich habe mir heute auch was, nicht heute, ich habe mir am Samstag was ganz Tolles gekauft. Wollt ihr das sehen? Womit ich jetzt auch noch, ich versuche, das habe ich beim, beim Jürgen gesehen. Jürgen hat ja im Moment auch keine Heizung, keine richtige bei sich und war im Wasser, hat er aus so einem Zuheizer, so einem kleinen 230 Volt, so einem Durchlaufer hätte ich so. Ohne Tank, nur wird nicht richtig warm, das war so. Und ich habe mir jetzt gesagt, das probiere ich auch. Aber die Version, die der Jürgen hat, die kostet so 70, 80 Euro. Und da habe ich mir gesagt, Michael, das Geld hast du nicht und Geld, was man nicht hat, sollte man auch nicht ausgeben. Und deshalb habe ich mir jetzt was qualitativ richtig hochwertiges geholt. Ich habe sogar nur 15 Euro irgendwas bezahlt. Hier, das wird ausprobiert jetzt. Dass ich die Heizung komplett ausschalten kann und wenn es da, wenn das Ding 5, 36 Grad Wassertemperatur schafft, dann reicht mir das, um mich da jetzt zu duschen und dann kann ich die Heizung bis Ende Oktober auslassen. Das ist also der nächste Versuch, um Geld zu sparen. Energie zu sparen, muss man ja noch mehr sagen. Energie zu sparen. So, mal sehen, was ihr dazu sagt. Sehen, ob was kommt. Das wirkt doch qualitativ hochwertig, wenn man die Rezessionen sieht. Da schreiben manche, das riecht nach verbranntem Plastik, wenn es im Betrieb ist. Also es kann auch sein, dass man da sich den Trot holt. Aber ich werde es auf jeden Fall außerhalb der Dusche aufhängen, damit das Stromkabel möglichst weit vom Wasser weg ist. Wasser und Strom verdreht sich ja nicht so gut. Ja, ich brauche im Moment fürs warmen Wasser aufbereiten 0,5 bis 0,6 Liter Heizhöhen. Also rein vom Finanziellen her weiß ich nicht, ob es Sinn macht. Wobei du halt, wenn du da kurz das Ding nur laufen lässt, wenn du 5 Minuten duscht, was haben wir, 4 Minuten duscht. Länger brauche ich ja nicht. Moment, wir machen mal. Und ich kann ja dann auch unter Umständen aus meiner Powerstation den Strom nehmen. Wobei 3000 Watt ist wahrscheinlich schon ein bisschen viel. So, also 3000 mal 5 durch 60. Oder? Nee, halt 3000 durch 60 mal 5. Durch 60 mal 5. Das sind 0,25 Kilowattstunden. Dafür zahle ich im Moment 30,5 Cent. Also 30,5 mal 0,25 heißt, das sind 8 Cent für den Duschvorgang. Wenn ich aber Warmwasser aufbereite, was natürlich dann, ich mache sowieso, gut, in der Küche brauche ich Warmwasser für Nudeln mal, damit ich nicht über die, aber mache ich dann halt über die Platte ein bisschen länger, muss ich die laufen lassen. Aber wenn ich jetzt sagen wir mal 0,6 Liter am Tag für ein warmes Wasser und für ein Liter Heizfil muss ich jetzt 1 Euro bezahlen. Das sind 60 Cent. Ist fast 10 mal so teuer wie das Ding. Und da probiere ich das doch mal. Waschlappen ist billiger. Ja, aber Waschlappen ist ja noch das Wasser kalt. Wäre auch ein bisschen warmes Wasser. Das heiße Durchwasser aus der Duschtasse wieder rein. Den Zulauf zum Duschkopf einspeist spart auch Energie. Aha, muss ich mir mal angucken. Meinst du das dreckige Wasser wieder oder was? Ich dusche mich doch nicht mit meiner Dreckbrühe wieder. Weißt du überhaupt, wie dreckig ich jede 6 Wochen bin? Da kommen die Kruste nur so runter. Unser schwäbischer Röntensparfuchs. Ja, Geld. Also, wenn ich dadurch erhebliche Komfort-Einbußen haben sollte, dann nehme ich das Ding nicht. Wenn das aber funktioniert und vom Komfort her keine großen Einschränkungen bringt, dann nehme ich das. Da kann ich die Heizung bis Oktober auslassen und sagen wir mal 0,6 mal wir haben jetzt noch August, September, Oktober 3 Monate sagen wir 90 Tage mal 0,6 90 mal 0,6 habe ich wieder 54 Liter gespart 54 Euro. So, und wenn ich jetzt die 90 mal ähm halt, habe ich jetzt richtig gerechnet? Ja, 60 Cent. Ja, ich hoffe, ich habe richtig gerechnet. So, mal 7 Cent am Tag sind 6,30 Euro. Das heißt, das Ding ist dann locker bis dort bezahlt, wenn es funktioniert und hält. Ja, aber ein normaler Durchlauferhitzer braucht ja normalerweise, wenn er richtig funktionieren soll, dreiphasigen Anschluss und ist auch von der Installation her aufwendiger. Das hier ist halt super einfach, wenn es funktionieren sollte. Ich muss es halt mal ausprobieren. Ist halt eher für Camping und so gedacht, ne? Stromanbieter gewechselt, zack, bin ich bei 28,3 Cent. Das Kilowattstunde entspannt extrem, wenn ich bedenke, dass ich 42,7 Cent bezahlt habe. Ja, das ist richtig, richtig nochmal eine Ersparnis aufs Jahr gesehen, ne? Wobei man halt auch sagen muss, hätte ich gestern nicht gepennt. Gestern habe ich geschlafen, habe ich die Powerstation noch aus dem Stromnetz aufgeladen, während die Sonne schon weg war. Das kann man gleich hier auch sehen. Und zwar hier. Da. Seht ihr das? Da habe ich gepennt gestern beim Streamen. Ich dachte, ich habe die Powerstation an, hatte ich aber nicht an. Jetzt müsste ich aber eigentlich vom Strom von 21 Watt, genau. Jetzt trieben wir über die Powerstation. Wenn wir jetzt mal gucken, ja, Verbrauch. Ihr seht also, hier ab März habe ich angefangen mit Powerstations zu experimentieren. Ab Mai ging es dann richtig los mit der Powerstation unten. Und ich habe halt auch viel ins Auto geladen. Aber wäre der Fehler gestern nicht gewesen, ich hätte im Juli unter 20 Kilowattstunden einen Strombezug gehabt. Einen Netzbezug. Und das ist doch richtig super. oder? Also, dass ich nur noch 22,8 Kilowattstunden aus dem Netz gezogen habe. Und auch insgesamt, wenn man jetzt mal gesamt nimmt. Ich habe im Jahr 2022 3438 Kilowattstunden gebraucht, inklusive Autoladen. Das ist ein großer Teil Autoladen dabei. So, 1700 aus dem Netz gezogen. Und jetzt ist schon über die Hälfte des Jahres rum. Ich mache seit Mai das mit den Powerstations und habe 1562 Kilowattstunden bisher verbraucht. und 664 Kilowattstunden aus dem Netz. Ich gehe fest davon aus, dass ich es hinkriege, dieses Jahr wahrscheinlich unter 1000 Kilowattstunden aus dem Netz zu beziehen. Das ist doch Wahnsinn. Und deutlich mehr einspeisen kann, weil auch der Eigenverbrauch abnimmt. Und die Autarkie nimmt natürlich zu. So, mal gucken, was ihr schreibt. Also, drei Phasen sollen doch für dich kein Problem sein. Ja, aber ich muss wieder Kabel legen. Ich muss wieder stemmen. Ich könnte die drei Phasen an die eine CE-Dose in der Garage legen, die ich eh nicht mehr benutze. Die hatte ich mal gelegt, um damals die Speismaschine und so damit benutzen zu können. Ist sowieso nur mit 1,5 Millimeter Quadrat für eine 16 Ampere, also für eine 11 kW Drehstromsteckdose darfst du heute nach VDE auch nicht mehr. Müsste, glaube ich, mindestens 2,5 Millimeter Quadrat sein. Also, es ist alles, ja. Egal. Was wir jetzt machen. Wir sind ja wieder vom Hundertsten ins Tausendste gekommen. Weil ihr mich immer vom eigentlichen Thema abbringt. Wenn ihr ja einfach mal auf dem Thema, auf dem Gespräch euch fokussieren würdet und nicht immer wieder was anderes aufbringen würdet, dann wären das hier auch strukturierter Restreams, ne. So ist es halt Chaos pur. Aber Schuld seid ihr. Das muss man ganz, ganz deutlich ansprechen. So. Jetzt machen wir hier erstmal Bichistütz. Dafür mache ich den Bellomaden an. Für den Bauder ist das ja was Neues. Der kennt den Bellomaden gar nicht. So. Da willst du dich gleich umklucken, Bauder mit was für technologischen Highlights von der Reka ich hier arbeite. Welches Thema denn? Habe ich das noch? Und der Lika gleich wieder mit Mobbing. Das ist Wahnsinn, dass der mal lieb sein kann. Ne. Unser einziger Job ist dich aus der Spur zu bringen, sagt der Max. Ja, so sehe ich das auch. Elektroautos sind einfach geil. Das ist der beste Spruch, Stefan. Das stimmt vollkommen, das muss ich auf dem T-Shirt mal machen lassen. Es gäbe auch Struktur, wenn du nicht immer veraltete Kommentare liest, schreibt der Harry. Dein Kommentar ist, ja guck ich sehe die Uhrzeit nicht, die Uhrzeit sehe ich nicht, aber es war eben gerade, schon in die neue Zufriedenheitsstudie geschaut, ja das war ein großer Teil, lieber sehr länderer Jung, ich weiß, du wolltest mir mal schicken, wie man das ausspricht, hast du das gemacht, war ein großer Teil des Livestreams heute, auf YouTube. Ich bin immer noch 24, ich bin kein Tech-Boomer, der Kerl ist erst 24, der Bauder. Für dich, lieber Bauder, Herr Schmidt, so viel Zeit muss sein, du bist ja nicht mal halb so alt wie ich, als du auf die Welt gekommen bist, ja, hatte ich ein 325i und stand hier schon im Rohbau und hab Rohbauarbeiten durchgeführt. Das gibt's ja, der ist ja noch ganz grün hinter den Auen, der ist ja noch ganz frisch. Ich sag mal, gut nach, bin müde, accessfahler, danke fürs Vorbeischauen, viel Spaß mit deinem ein Bildschirm, ein lächerlicher Bildschirm, dass du dich nicht schämst. Schlaf gut, träum von deinem einen Bildschirm. 25,31 Cent mit 12 Monate Preisgarantie hat der Christoph gerade abgeschlossen, aber in Deutschland nehme ich an, oder in der Schweiz, da wären es ja dann Schweizer Franken. Wie heißt denn die, wie heißen die, in der Schweiz muss ich 32 zahlen. Ja, wie heißen die, Schilling, nee, wie heißen die denn in der Schweiz? Rappen heißen die. Entschuldigung, ich hab, Entschuldigung, sorry, ich muss gerade niesen, Rappen, Rappli. 32 Rappen sind dann aber ein ganzes Stück mehr als die, aber natürlich ein, was hast du vorher, Christoph? Vorher in der Schweiz so 22, 23. Es ist aber so, in der Schweiz kannst du ja nicht wechseln, du kriegst den Strom von deiner Gemeinde, der Strommarkt ist nicht liberalisiert und wir haben letztes Jahr bis zum 31.12. für 22, 23, da hat die Gemeinde natürlich draufgelegt und jetzt müssen wir dieses Jahr bis 31.12. 32 zahlen und ja, schauen wir mal, was es nächstes Jahr ist. Da wird er neu festgelegt. Und in Deutschland? Ja, in Deutschland 32 bei ENBW jetzt von November bis diesen November und ab 12. November dann für ein Jahr die 25 bei Yipi. Ja, das ist doch echt super. Ich werde halt überlegen, ob ich zu TIPO wechsel, weil ich mit den Powerstations halt doch einiges steuern kann dann. Habe ich was verpasst mit dem Access-File? Chris, der Access-File wird seit einigen Monaten Model Y. Der hat sein U5 verkauft. Jetzt sind wir schon drei Leute unter 30. Also langsam muss ich hier die Einblendung machen, Inhalte nur für Leute über 18. Ich habe ja lauter Kinder hier im Publikum. Der Baudor, der Heidmar, Reide Fabian, der Max, gut, der Vince ist nicht mehr so oft da. Also, ich habe das jüngste Publikum auf Twitch wahrscheinlich. Die ganzen Kinder gucken bei mir zu. Das wird ein kühler Duschwinter. Am Winter würde ich es ja nicht benutzen. Nur jetzt während der Sommermonate, wenn sowieso das warme Wasser, also das Wasser, was aus der Leitung kommt, nicht so kalt ist. Also macht ihr da keine Sorgen. Im Winter stelle ich das Warmwasser an, wenn ich dann auch die Heizung anstelle. Also der Thomas hat noch nie mehr als 29 Cent bezahlt. Also mit anderen Worten, es gibt auch clevere Leute. Das würde uns damit sagen. Ich zahle jetzt 30,5 Cent. Ich bin also auch clever. Wobei, ich hätte jetzt lieber die Preisbindung schon aufgehoben. Ich bin jetzt bis April. Nächsten Jahres bin ich gebunden. Der Kim sagt, er ist auch sehr jung. Okay. Der Chris sagt, oha, das tut mir leid für dich. Wegen den 5 Bildschirmen, Chris, oder weiß nicht. Sollen wir Pembers spenden für das junge Volk? Tobias ist eine gute Idee. Da können wir ein bisschen unterstützen. Harry sagt, du kommst gut an bei jungen Gemütern. Schreibt er, Harry, ich bin mir nicht sicher, wo ich gut ankomme. Eins ist sicher, bei der Damenwelt habe ich natürlich einen Schlag. Wie gesagt, mein Bruder steht immer tagsüber am Ortseingangsschild und treibt die ganzen Damen, die zu mir durchdringen wollen, mit dem Baseballschläger auseinander. Weil der Andrang einfach so groß ist. Anders können wir es nicht händeln. Das ist Wahnsinn. Das können wir nicht nachvollziehen, weil so attraktiv ist wie ich, das ist dann schon wieder zu viel. Wenn man hübscher ist als Brad Pitt, ist schon wieder eher Fluch als Segen. Aber wie gesagt, das könnt ihr nicht nachvollziehen. Ist einfach so. Man ist nur so alt, wie man sich fühlt oder so. Ja, Fabian, von wegen. So alt werde ich nicht, wie ich mich fühle. Hat der Michi mal ein Bild von seinem Bildschirm gemacht, dann könnten wir Bildschirm battlen. Hä? Was heißt denn Bildschirm battlen? Das verstehe ich nicht. Egal. Jetzt machen wir hier Michi-Stütz. Ja, der Michael hat keinen einzigen Spiegel zu Hause hängen. Darum sind diese Aussagen von ihm. Also man könnte ihm auch Spiegel schicken. Du warst doch schon bei mir. Du weißt, dass ich Spiegel habe. So, jetzt auch noch mal, schreibt der Max. Ja, mal verstille ich da mit der Glocke um den Hals. Ich weiß nicht, was der Max mir damit schicken wollte. Entschuldigung, ich habe ja zugehört. Ich habe noch was mit mit Glocken um den Hals, habe ich nur gehört. guck mal denn da. 16 Ampere Wandsteckdose für Heim- und Handwerker. CE-Dose. Ja, Link für Amazon. Weiß nicht, was du mir damit schicken willst, Albert. So, Direktnachricht habe ich noch bekommen vom Baudor. So, dann machen wir mal Accept DM. So, hat er was geschickt? Freund hinzufügen. Ach, jetzt habe ich dir eine Freundschaftsanfrage geschickt, jetzt zwinge ich dir. Aber eine Nachricht habe ich, der ist ja wirklich, der rassiert sich bestimmt noch nicht mal. Der nimmt einfach nur ein Handtuch und wischt einmal drüber. Vermutlich. Ist das noch ein junger Kerl? Michi, erkläre ich dir nachher noch mal in Ruhe, was ich geschickt habe, sagt der Max. Ja, in Rätseln. Nein, wegen dem Tester. Mal eine andere Frage. Fährt schon jemand hier einen Ohrrat? Da, glaube ich, können wir mit Nein antworten. Jetzt wollte ich endlich die Michi-Stütz machen. So, wo geht es denn los? Hier geht es los. Hypechain, das ist von gestern. Vor 60 Minuten hat er Tees im 30. Monat abonniert. Lieber Tees, das bedeutet ein Strich, 1,5 Michi-Stütz, Tees. Danke, very much. Very much good times. So, der Holger hat im 29. Monat abonniert und schreibt guten Abend zusammen. Guten Abend, lieber Holger. Danke, very much. Very much good times. So, der Christoph hat wieder 5 Bits, äh, 5 Abos, ähm, springen lasend sind 7,5 Michi-Stütz. Aber, machen wir erstmal Striche. Lieber Christoph, thank you very much. Der wird mit seinem Woja-Free hoffentlich viel Spaß haben. Noch steht die Probefahrt aus, ist noch nichts entschieden. Aber die bemühen sich um Christoph, das muss man echt sagen. Nein, 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 nein. So, haben wir. Ähm, dann hat er Dinix TÜS, Dinix TÜS, SC, an einem dritten Monat abonnieren und schreibt, hoffe, das hilft für ein echtes Bier. Das ist doch ein echtes Bier hier. No worries. Da, mit einem Biber drauf. Da ist er. Ist es nicht süß? Ist doch total süß. Also es ist nicht süß, sondern eher, naja, ähm, auf jeden Fall, eine Michi-Stütz, ein Strich. Thank you very much. Very good times. Der Herr Hexter hat 100 Bits gechiert. Thank you very much. Very good times. Jetzt hat die, äh, die Alexa sich gemeldet. Die hat sich angesprochen gefühlt. So, Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken, dass die irgendwas angeschaltet hat. Die, äh, die Dame. Die ärgert mich ja ab und zu mal. Moment. Ne, sieht gut aus. Okay, sieht gut aus. Ähm, der Lekau hat im 27. Monat abonniert und schreibt, eine Michi-Stütz, Ahoi. Wieso nur eine? 1,5. Ne? Ich hab die Preise gesenkt für die Michi-Stütz. So bin ich zu euch. Der Christoph hat nochmal 100 Bits in der Reaktion. Lieber Christoph, thank you very much. We're going to the times. So, ähm, dann der Christoph hat im 24. Monat abonniert und schreibt, hallo an alle. Bo, 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 bo. Ihr habt im 7. Monat abonniert und schreibt erstmalig mit 1,5 Jahren Arbeitsaufwand. Thank you very much. Very busy good times. Wenn ich euch was Gutes tun kann mit 1,5 Michi-Stütze, dann mach ich das natürlich. So bin ich. So, der Bauprofi Hoffmann, Aka Jürgen, hat 139 Bits gechiert. Thank you very much. Very busy good times. Und unser Katzenpapa, der Thorsten, heute war die Katze wieder da, aber war wieder zu früh. Ich hab nicht aufgemacht. Hat 500 Bits gechiert. Hier kommen 500 Borsten. Oh, der Thorsten fand den Witz mit den Borsten nicht gut. Thank you very much. Very busy good times. Für die 500 Bits lieber Thorsten mit den Borsten. So, Baudo hat das Foto dagelassen. Wie gesagt, der kommt jetzt erst dazu. Unfassbar, dass der bisher hier nicht zugeschaut hat. Dann der Huckus76 hat 100 Bits gechiert. Thank you very much. Very good times. 100 Bits. Der Hucki hat 32, im 32. Monat abonniert und schreibt, ach, hier erst, bitte Strich. Ein Strich. Thank you very much. Very good times. So, Punkte sind zusammen. 939. Okay. Dann hat er in Google ein Community-Abo an unseren Jungen, 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 Jungen gespendiert. Thank you very much. Very busy good times. Ein Strich. Der Nikon hat im 27. Monat abonniert. Nichts dazu geschrieben. Thank you very much. Very busy good times. Ein Strich. Und der Thomas iX1 hat ein Foto dagelassen. Vielen Dank. Tolles Auto iX1 kriege ich morgen zwischen 16 und 18 Uhr. Testfahrzeug. Habe ich sogar über zwei Wochen. Habe ich vom... Moment. BMW, BMW, BMW. Na, geh auf. Da. BMW habe ich vom... Moment. Alles schließen. Testwagen. Ja. So. Testwagen. Vom... Halt. Das ist noch nett. Da. Vom 31.7. Bis 16.8. habe ich den. Ist das eine Sensation? Wetter soll jetzt auch schlecht sein. Also es ist gut, dass ich den auch ein bisschen länger habe. Bis 16.8. habe ich den dann. Bin mal gespannt, ob noch eine Ladekarte dabei ist. So. Egal. Äh, genau. Der Philipp hat im 41. Im... Im... 41. Monat. 41. Monat abonniert. Philipp. Vielen Dank. Very British Good Times. Ein Strich. So. Jetzt kriege ich hier vom Philipp eine Michi-Stütz erlassen. Und auch vom Albert. Was ist denn da los? Sag mal. 5, 10. 15 sind dann nur 13. So. Mal hier weg. Vielen herzlichen Dank. Very British Good... Ah ne. Die Stützen werden ja erlassen. Ne. Es sind ja 15. Und ich muss dann einfach Minus 2 abziehen. Weil die 15 muss ich auch mal mal 1,5 nehmen. Also machen wir hier mal Minus 2. Vielen herzlichen Dank an die beiden. Very British Good. Und mein Doppelgänger hat ein Abo verschenkt. Lieber. Lutz. Co-Braverde. Thank you very much. Very British Good Times. Der arme Mann sieht genauso aus wie ich. Nur ein bisschen jünger und ein bisschen hübscher. Aber er ist auch mit diesem Gesicht gestraft. Das ist der Wahnsinn. So. Ein Strich. So. Gute Nacht, Leute. Der Baudor verabschiedet sich. Gutes Nächte. Einer muss ja eure Rente finanzieren. So sieht es aus. Ist völlig in Ordnung. Ich danke dir für deine Rentenfinanzierung und jedes Kind, was du irgendwann in die Welt setzt, rechne ich auch für mich an. Also du müsstest mindestens... Warte mal. Also du brauchst drei Kinder, lieber Baudor. Zwei darfst du auf dich und deine Frau anrechnen und eins bitte auf mich. Und dann passt das. So. Philipp schreibt, oh verklickt, verdammt. Oh, warum hast du dich verklickt? Ich hoffe nicht so schlimm. Der Max unterhält sich mit dem Tobias. Ansonsten gibt es nichts Neues jetzt hier. Genau. Dann machen wir ab. Wir haben also jetzt 16 Striche. Mal eins kommt ab. Müsste 19 sein, ne? Oder? Mal gucken. Ne, ich habe nicht verrechnet, glaube ich. 16. 24. Das habe ich nicht verrechnet. Minus zwei heißen 22 Migli-Stütze. So, Migli-Stütze, ahoy. Der Philipp hat wieder eine dazu gemacht und noch eine. Sind wir wieder bei 24. Ganz, ganz toll. So besser hat er mich da... Ach, da hat sie dich verklickt. Na, Gott sei Dank. Aber da hat sie ja echt noch ein paar Punkte übrig, ne? Also, 24. Das heißt, immer aufpassen, wenn ihr was anklickt bei Twitch, ne? Ganz wichtig. Stefan verabschiedet sich. Vielen Dank. Kurz Nächte, Stefan. Auch vielen Dank für den Redebeitrag. Ich glaube, war da Stefan schon mal im Discord? Ich glaube, das war heute das erste Mal. So. 24. Oh Mann, der war mal bei der Sparkasse. Ich? Ja, ich habe dich halt verrechnet. Was soll das? Die meisten geben 25, schreibt doch Chris. Ja, ja. Ich gebe eher 22. So. Jetzt hat er Oxfam. Sehe ich das richtig? Also, der... Moin, ne? Mal. Der Lutz hat mir wieder eine erlassen. So. Und der Oxfam hat fünf Community Subs gegiftet. Thank you very much. Very pretty good times. Das machen wir die... Münzen wir direkt in acht Michi-Stütz um. Da machen wir nicht lang rum. So. Jetzt gilt es, 31 Stück wegzumachen. Ich ziehe erst mal wieder das Hulli aus. Und zwar so, dass ihr meinen Ranzen nicht sehen müsst. was funktioniert. So. So, und bevor der Otto wieder irgendwelche Befehle bellt, hören wir lieber rein. So. Da haben wir... Einmal den Michi-Stütz. Zu spät. Alles erledigt. Ja, toll. Ja. 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 Das fällt mir heute nicht leicht, Leute. Fällt mir heute nicht leicht, aber es hat geklappt. Gut. So. Okay, da haben wir erst mal ein paar weggemacht, ne? Hat er sich eben ein Kissen unter das T-Shirt geschoben? Nein. Das ist die normale Wampe hier, ne? Das, was ich hier bewegen kann, ist alles fett. So. So. Klar, den größeren Muskel vergrößert und spart Hub bei dem Michi. Genau so sieht es aus. Michi, ich habe es dir jetzt noch mal geschrieben. Kannst du später in Ruhe lesen, wenn du möchtest. Ich muss mal kurz schreiben, was er geschrieben hat. Ach so. Ja, okay. Das gucke ich mir an. Ganz so wichtig. Okay. Was wir jetzt noch kurz machen, wir gucken jetzt noch mal kurz in die Meldung von Ford rein. Hatte ich ja angekündigt auf YouTube. Das habe ich nicht mehr ganz reingebracht, weil ihr wieder so viel gequatscht habt. Hatte ich keine Gelegenheit, das Thema noch anzusprechen. Und zwar, Ford Model E steigert Absatz und Verluste. Model E ist wohl eine Unterabteilung von Ford für Elektromobilität. Und das ist in meinen Augen auch wieder so ein bisschen irreführend. weil auch wenn die jetzt Verluste schreiben, kann man nicht genau sagen, was die Ursache dafür ist. Es kann sein, dass es um Anschubinvestitionen in irgendeiner Form geht, die jetzt aufs Ergebnis drücken, aber in Zukunft dann sich wieder, ja, auf lange Sicht verrechnen. Das ist immer ein bisschen schwierig, ohne nähere Hintergründe. Aber wir lesen mal rein. Die Elektroautosparte, oh, spuke ich hier wieder rum, seht und spät. Von Ford hat ihre E-Verkäufe und Umsätze im zweiten Quartal 2023 deutlich gesteigert. Allerdings auch die Verluste ausgeweidet. Das Produktionsziel haben sie auch nach hinten verschoben, weil sie wahrscheinlich nicht genug produzieren können. Vielleicht auch nicht genug verkaufen, weil die breit zu hoch sind. Konkret setzte Ford von April bis Juni 34.000 Elektrofahrzeuge ab. Fast dreimal so viel wie im ersten Quartal. Da waren es 12.000. Der Umsatz stieg von rund 700 Millionen auf 1,8 Milliarden Dollar. Also auch mehr als verdoppelt. Aber Ford verbuchte bei den E-Fahrzeugen erneut höhere Verluste. 1,1 Milliarden Dollar. Insgesamt haben sie Gewinn gemacht durch die Verbrenner. Gegenüber dem Quartalsverlust von 722 Millionen Dollar im ersten Fieljahr 2023. Also das kann nicht durch die Autoproduktion sein. Das kann mir keiner erzählen. Da muss es Anschubinvestitionen geben, die jetzt ins Kontor hauen. Im Rahmen des Quartalsberichts kündigte Jim Farley, CEO an, dass die geplante jährliche Produktionsrate von 600.000 Elektroautos erst im Laufe des Jahres 2024 erreicht wird. Es war für Ende diesen Jahres vorgesehen. Ob einzelne Werke für die Verzögerung verantwortlich sind oder globale die Pläne leicht zurückgefahren wurden, gibt Ford nicht an. Stattdessen werden eigentlich nur positive Zwischenstände bei der Umrüstung der Werke veröffentlicht. Also man will natürlich auch die Aktionäre ein bisschen zufriedenstellen. So wie im Q2 wird die im Q2 erfolgte Eröffnung des Ford Cologne Electrification Center genannt, wo auf Basis des MEB der elektrische Explorer gebaut wird. Also das ist ja eine VW-Plattform, ist eigentlich der VW ID.4 von Ford. Zudem wurde die Kapazitätserweiterung fürs Pony, für das Auto vom Tim und auch meinen Ex-Bened Hidalgo in Kuao Titlan Mexiko abgeschlossen und eine weitere Erweiterung des Werks in Rouge eingeleitet. Ich weiß nicht, wo das ist. Ein bisschen nach Frankreich an, aber es wird nicht Frankreich sein. Ich muss auch dazu sagen, diese Ponys kommen alle per Schiff nach Europa. Die werden nicht geflogen, die kommen nicht mit dem Zog, die werden nicht mit dem Pferdeanhänger, über den Atlantik geschippert. Atlantik? Ja, über den Atlantik. Pazifik ist Japan. Darüber habe ich es mir gemerkt, wegen dem P in Japan. Und zwar ist es immer so schwierig, sich das zu merken. Also, da hat man jetzt auch nichts von dauernd brennenden Frachtern gehört. Ich bin sehr gespannt, wie das noch ausgeht hier mit dieser, wie heißt sie? Fremantel Highway oder Fremantel Highway. Ich weiß nicht, ob sich was geändert hat. Nee, also es steht immer noch da, der Ortsag von der Brand ist noch unbekennt. Oder unbekennt. Also, die Ursache des Brandes ist noch unbekannt. So, wir lesen weiter rein. Ruheschwamme, genau. Erhebliche Fortschritte hat es gegeben und so weiter und so weiter. Auch für den Bau der FLP-Batteriefabrik mit CATL in Michigan seien, 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 die Standortvorbereitung angelaufen. Seien. Wieder ein N zu viel. das Tempo der Einführung von Elektrofahrzeugen wird kurzfristig etwas langsamer ausfallen. Also er wartet, was Vorreitern wie Ford zugutekommen wird. Vorreitern? Habe ich das verpasst? Ist Ford ein Vorreiter? Helft mir mal. Also, Vorreiter denke ich jetzt mal nicht. Ich habe dir als günstige Alternative zur Wallbox geschickt und definitiv 16 Ampere Dauerlast geeignet. 7,55 Euro ist dann doch deutlich günstiger als eine Wallbox. Bildkopie. Dankeschön, Albert. Gucke ich mir an. Mal sehen, ob ihr jetzt ausschreibt Vorreiter. Mustang halt. Da wird viel geritten. Ja. Die Ponys kommen mit brennenden Schiffen. Ja, so wie der, wie hieß dieser Film da mit dem, ähm, der Teufelsreiter? Ne, Ghost Rider. Ghost Rider hieß der Film. So kommen die Schiffe an, so wie der Ghost Rider immer Motorrad fährt. Ah, sieht man hier nicht gut. Da, ne? So fährt der Ghost Rider Motorrad und so kommen die Frachter auch an, wenn die in, äh, Europa, äh, anlegen. Ne? Ne? Und dann stehen die immer schon mit Feuerlöschern bereit, können sie aber nicht löschen, weil man Elektroautos ja nicht löschen kann. Angeblich. Ähm, EV-Kunden sind markentreu und wir gewinnen viele von ihnen mit unseren großvolumigen Produkten der ersten Generation. Wir tätigen weltweit intelligente Investitionen in Fähigkeiten und Kapazitäten und während andere versuchen aufzuholen, haben wir völlig neue Produkte der nächsten Generation in der fortgeschrittenen Entwicklung, die die Leute umhauen werden. Das sind doch mal schöne Nachrichten und ich muss sagen, auch bis heute, also Vorreiter ist mit zu viel. Aber mit dem Mustang Mach-E haben sie von Anfang an ein attraktives Produkt im Portfolio gehabt. Das sieht gut aus, das fährt sich ordentlich, ist vielleicht das Fahrwerk zu hart. Also da, ich weiß, ob der Tim noch da ist, aber Fahrwerk war mir zu hart, habe ich auch immer kritisiert, aber ansonsten ein wirklich gutes Auto. Kann man anders nicht sagen. Hat ordentlich geladen, jetzt nicht brutal schnell, aber völlig ausreichend. War vom Verbrauch her okay, Reichweite okay. Also ich bin damit ja auch mal nach Mallorca gefahren mit dem Bandit Hidalgo, war gar kein Problem mit dem Auto. Also wenn der Preis nicht so erhöht worden wäre, dann wäre der Ford Mustang Mach-E mit dem kleinen Akku heute noch eine Kaufempfehlung von mir. Mal gucken, wie viel der im Moment kostet. Er ist es jetzt halt nicht mehr, weil das Auto einfach zu teuer ist. Ford. Das ist also dieser Explorer und er hat nicht umsonst ein bisschen Ähnlichkeiten mit dem ID.4, sondern es ist halt ein ID.4 im Ford gewandt. So, wir gehen mal hier PKW-Konfigurator, Fiesta, EcoSport, so, da ist der Mustang. Ja, das ist zu viel. Was ist da, Tim, noch da? Bin mir nicht sicher, aber das ist einfach, das ist einfach zu viel. 55.000 Euro für das Auto mit kleinem Akku, das ist zu viel. Der fing mal bei 44, glaube ich, an. Also hat Michi sein Pony weiterverkauft, weil es heiße Ware war. Ja, genau, heiße Ware war das. Ich habe erst weiße Haare gelesen, habe ich mir gedacht, was meint er mit weiße Haare? Wenn ich dann gesehen habe, es war heiße Ware. Ich kenne nur Nightrider, sagt der Christoph. Das war auch das, wo ich mich am meisten drauf gefreut habe, als ich mit meinem Bruder zusammen die Satzschüssel für Astro aus Dach gezimmert habe. Also mindestens 55.000 Euro für Batterienkapazität 75 Kilowattstunden brutto und 440 Kilometer Reichweite. Das ist einfach. Leute, das ist zu viel. Warum soll ich mir das Auto kaufen, wenn ich im Prinzip von das Model Y ist halt doch ein bisschen, ja, es ist nicht so schön. Also Optik ist beim Muster M&E in meinen Augen besser. Das Model Y ist halt deutlich günstiger, dann Supercharger hättest du noch dabei. Bessere App, ne, und so weiter und so fort. Also, nee, tut mir leid. Ich würde ja gern sagen, aber kann ich nicht. Tut mir leid. Bleibt dabei. Ist zu teuer. Für 44K gibt es schon 800 Volt Fahrzeuge, sagt der Abraxas. Ja, Kia EV6, glaube ich, kann schon sein, dass der da ungefähr losgeht. Nicht, dass es am Ende ein Ford Explorer wird. Also ich kaufe keinen Ford Explorer. Nee, Max, also das Model Y ist nicht schöner als ein Mustang Mach-E. Es tut mir leid. Wobei man auch sagen muss, es ist immer Geschmackssache, ne? Aber ein Mach-E ist in meinen Augen, ach, hier, guck mal, mit den Felgen, da haben sie auch, ihre Meinung ist das wichtig, nein, danke, hier haben sie jetzt auch andere Felgen noch im Angebot. Die sind wahrscheinlich ein bisschen windschnittiger. Aber ein Model Y ist nicht schöner als ein Mustang Mach-E. Es tut mir leid. Der Mustang hat halt Pferdestärken, ja, aber das bringt es auch nicht, Thomas, das bringt es einfach nicht, ne? Ich würde mir das Model Y kaufen. Egal. So, ähm, also, wir halten fest, war noch was, war ich überhaupt durch? Nee, das Verbrennergeschäft der Spade Ford Blue ist nach wie vor ungleich größer, aber das schrumpft. Hier lag der Absatz im Quartal 2 bei 720.000 Fahrzeugen, der Umsatz bei 25 Milliarden Dollar und der Gewinn bei 2,3 Milliarden Dollar, also, insgesamt Gewinn gemacht, aber natürlich Verbrennerspade hat in dem Fall die Elektrospade unterstützt, ähm, der Ford Pro mit den leichten Nutzfahrzeugen, die haben am meisten verdient. Die Marge lag hier somit bei 15,3% bei den Nutzfahrzeugen, das ist natürlich gut, ne? Äh, der Fadi sagt auf jeden Fall noch, der Wandel hin zu leistungsstarken digitalen Erlebnissen, ach, das ist wieder eine Formulierung, und bahnbrechenden Elektrofahrzeugen ist im Gange und wird volatil sein. Daher ist es für uns ein großer Vorteil, Kunden durch die Entwicklung führen und an das Tempo der Einführung anpassen zu können. Aha. Also das ist wieder so ein Wischi-Waschi-Gelaber, das könnte von mir sein, ne? Könnte echt von mir sein. Tesla ist denn innen langweilig, sagt der Harry, ja, ich finde den Ford muss da mal innen ausspannter, auch mit dem Cockpit und so weiter, ne? Es ist einfach, es ist ein cooleres Auto. Der Mustang Mach-E ist das coolere Auto. Vom Image her gefällt er mir besser, von der Optik gefällt er mir besser. Wenn der Preis gleich wäre, würde ich wohl ein Mustang Mach-E kaufen. Ne, würde ich ein Mustang Mach-E kaufen, nicht wohl, sondern würde ich. Aufgeräumt ein Träumchen Monvay, sagt der mein Tesla wieder, Fisker Ocean Sport ab 38.000, also ganz ehrlich, Albert, Fisker Ocean, wenn du die drei nebeneinander stellst, ist das schickste Auto und vom Preis-Leistungs-Verhältnis her das Beste. Aber du weißt halt nicht, ob du einen kriegst. Ich bleibe skeptisch, was Fisker angeht, aber die Auslieferung weiterhin so richtig hören tut man nichts. Moment mal, wir können mal gucken. Fisker Presse. Sehen, ob die irgendwas zur Pressemeldung sagen. Fisker Presse, Presse, so. Fisker hat eine limitierte Extremedition angekündigt für Indien. also vor allen Dingen, sie sind schon weltweit aktiv, liefern weltweit in großen Stückzahlen aus, nicht. Fisker gibt eine erfolgreiche Platzierung von wohl weiteren Anleihen bekannt, um Geld einzusammeln. Da sind sie gut drin. Hier nochmal 314, also insgesamt 680 Millionen. Ich sehe aber nichts von wegen, wir haben ganz viele Autos ausgeliefert. Gehen wir weiter. Quartal 2. Mal sehen, ob sie irgendwas sagen zur Auslieferung. Per day at the end of June in expected vehicle produced to exceed 1400 in early. Sie gehen davon aus, dass sie im frühen Juli über 1400 Fahrzeuge produziert haben. Ja. Es ist Otto? Ja. Was heißt ja? Sie produzieren. Also sind sie jetzt im Plan? Im Plan nicht, aber sie produzieren. Okay. Aber wir werden es sehen. Sie sind weitergekommen als Sonomotors, das stimmt. Aber der Fisker hat ja auch schon den Fisker, wie hieß der denn? Dieses Hybrid, den der Thomas gefahren hat, da von Tesla Moore. Fällt mir nicht ein. Aber um es ganz klar zu sagen, von der Optik Preis-Leistung ist Fisker sensationell. Wenn die die Autos gut hinkriegen, wenn die Software passt, wenn die Auslieferungen passen, ist Fisker für mich ganz klar ein Auto, was man kaufen muss eigentlich fast. was in der Größe sucht. Weil das viel schicker ist, auch als ein Ford Mustang Mach-E oder ein Model Y. Das ist ein richtig schönes Auto. Hier nochmal den Konfigurator. Ich bin halt weiter skeptisch. Die müssen erstmal abliefern, bevor ich sage, kann man bestellen. So, prepare your build. Dauert noch ein bisschen. Magma baut in Österreich. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Prepare your build. Er prepared noch. Es könnte aber auch sein, dass mein Computer überlastet. Nee. Das hier funktioniert. Prepare your build. Warum dauert denn das so lang? Seid ihr noch da? Aber ich habe hier bei mir auch hängt es irgendwie. Ich probiere es gerade nochmal neu zu laden. Nee, Seite hängt. Ja, ich probiere es gerade nochmal. Fiskor Roschen. Also mein PC scheint gerade irgendwie oder es liegt wirklich an der Internetseite. Ja, jetzt läuft es hier wieder. Also irgendwie die Internetseite scheint irgendwie meinen PC zu sehr auszulassen. Fiskor sieht gut aus, aber auch Fiskor muss noch an der Software arbeiten. Die Autos sind halt erst semi fertig. Ja, das wird die Zeit zeigen und auch wie zufrieden dann die Kunden sind. Aber die Autos von sind schon geil. Da muss man ganz ehrlich sein. Preis Leistung ist unschlagbar. Wenn sie das hinkriegen. Ich bin sehr gespannt. Okay, aber wir sind jetzt auch im Prinzip am Ende des Streams angekommen. Wir haben alle Themen durch, die ich behandeln wollte. Ich bin zufrieden. Wie sagte Horst Lüning eins zu DE Rentenloch, Funkloch, Schlagloch? Naja, also ich will in keinem anderen Land wohnen als Deutschland, wenn ihr dann die Liste der Kanäle sieht, siehst die der Herr Lüning als empfehlenswert ansieht. Der Sau Olli redet mit dabei. Kann mir mal den Kopf packen. Aber gut, jeder hat so seine Ansichten. Gut, wen reden wir denn? Habt ihr irgendeinen Vorschlag? Sonst suche ich was raus. Also ein Vorschlag scheint nicht zu kommen. Und da ich weiß, dass ihr die Emily süß findet, Emily jetzt an der Stelle. Ich bedanke mich fürs einschalten. Lieber Chat, wollt ihr mal tschö mit Ö zum Chat? Discord, wollt ihr mal tschö mit Ö zum Chat sagen? Damit auch. Guten Nacht. Wunderbar. Ich bedanke mich beim Discord für die rege Teilnahme. Wünsche euch einen schönen Abend. Wünsche dem Chat einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Einschalten. Kommt mit rüber zur Emily, ganz Dame, sehr musikalisch, scheint gerade was zu futtern. Also, ich sage tschö mit Ö, wir sehen uns hoffentlich am Donnerstag oder spätestens am Sonntag wieder. Tschö! Achso, ix1 kann es sein, dass es irgendwann auch eine Verbrauchspfahrt im Laufe der Woche gibt. Live, auf dem Live-Kanal. Tschö! Am Dienstag Winterfrüh. Ja, tatsächlich, woher weißt du das? Ach, du fährst Scheiße. Achso, ich will aber Mittwoch morgen wahrscheinlich, also einen Tag später, aber das war zu spät, das haben sie glaube ich nicht mehr gehört, aber das kriegen wir schon